Das ist Kunst, ich vermute mal Rapunzes Turm. Sehr gelungen, ja gefällt mir, schön. Seht ihr, das meine ich, alles mit Moos bedeckt. Wo genügend Licht hinkommt, das Moos wachsen kann, da wächst es auch. Unglaublich hohe Luftfeuchtigkeit hier, also dauerhaft, nicht nur heute, immer. Aber sonst kann das nicht so aussehen, wie es hier aussieht. Das Moos bekommt seine Feuchtigkeit nur über die Luft. Das kann anderweitig, oder halt wenn es gerade regnet, aber anderweitig wird das ja nicht nass. Und bei diesen Mengen an in der Luft hängenden Moosen, weg von der immer feuchten Bodenschicht, da ist immer eine gewisse Feuchtigkeit am Boden. Da oben nicht mehr. Das kann nur dann der Fall sein, wenn man hier wirklich ein unglaublich feuchtes Mikroklima hat. Den Hang, den wir eben gesehen haben, das war der hier gegenüber. Das bin aber nicht ich. Auf die Ferne dachte ich, die hätten mich hier hingestellt, aber nee, ich sehe anders aus. Der Hut stimmt nicht. Und der Bart ist noch nicht ganz so lang. Ich arbeite dran. Kommt drauf an, wann Frau sich beschwert. Kommt drauf an. So, Hütte, Päuschen. Ja, ich bin echt nicht fit. Dieser ständige Schnupfen, das nervt. Vielleicht muss ich da doch mal zum Arzt. Ich meine, es ist nur Schnupfen. Standardmäßig habe ich immer Husten um diese Jahreszeit. Habe ich diesmal nicht. Scheinbar alles in der Nase hängen geblieben. Ja, ich ziehe noch ein bisschen was zusätzliches Warmes an. Man kühlt wahnsinnig schnell aus. Wir haben, glaube ich, so etwas um die 0 Grad. Plus minus ein kleines bisschen variiert im Tagesverlauf. Und wenn man dann sowieso schon nicht fit ist, dann ist schnell kalt. Trotz dicke Mäntelchen. Da kann noch ein Zusatzpulli drunter. Ja, ich esse ein bisschen was. Und dann zeige ich euch die Aussicht. Bis gleich. Tadaa. Einmal die Aussicht. Ja, leider mit eben einem ziemlich weitwinkeligen Objektiv. Aber ich hoffe, man kann zumindest das meiste so einigermaßen erahnen. Beziehungsweise, wartet mal. Ich versuche mal, das noch ein kleines bisschen mit etwas weniger Weitwinkel. Ja, tolles Bild nicht. Aber ja, muss halt reichen. Was Besseres habe ich gerade nicht. Was wir aber zumindest mal erkennen können, ist da unten, das ist das Dorf. Also das ist das dazugehörige Dorf zu eben diesem Tal, was wir jetzt entlang gestapft sind. Wo wir inzwischen hoch gestapft sind. Weshalb ich hier oben bei der Aussicht stehe. Und jetzt kann man sich so ungefähr vorstellen, das Dorf ist natürlich noch größer gewesen. Aber das liegt da unten schon ziemlich tief drin, zwischen zwei Tälern im Grunde. Einmal dieses Tal hier, an dessen Rand ich stehe, das da hinführt. Und es kommt von rechts, also quasi von hier, nochmal ein weiteres Tal. Da dann raus und schließt sich dem Dorf an. Und bloß diese beiden Täler, plus das Tal nach da hinne, ein Stück weit, Das ist das Einzige, was die mehr oder weniger an flachem Boden, abgesehen vom Dorf selber, zur Verfügung hatten. Das heißt, es herrschte wirklich ein eklatanter Mangel an flacher Landschaft, auf der man irgendwie hätte was anbauen können, beziehungsweise eben vernünftig mähen können und so weiter. Und das erklärt dann eben auch die vollständige Nutzung der eigentlich dafür nicht geeigneten Täler zur landwirtschaftlichen Produktionsfläche, sozusagen. Und ja, wie gesagt, davon sehen wir vielleicht noch ein bisschen was. Übrigens, der Grund, weshalb die da unten keinen Platz hatten, der liegt da oben. Da kann man so zwei herausragende Objekte sehen. Das rechte ist ein Baum, das linke ist ein Turm. Und weil das linke ein Turm ist, könnte man vermuten, das ist vielleicht möglicherweise eine Burg. Und möglicherweise ist sie das auch. Will ja nicht zu viel verraten. Und ja, drum saßen da oben auf dem Berg im Prinzip schon die nächsten Bewohner der nächsten Stadt. Die waren zumindest früher auch wichtiger als die da unten heute. Naja, touristisch ist eher da interessant als da. Aber ich glaube, da ist eigentlich jetzt mehr Einwohner. Ich weiß es nicht. Ja, die gehören inzwischen auch so plus minus zusammen, war früher eben noch nicht so. Und da musste man sich dann arrangieren. Und die da oben hatten eben das Vergnügen, beziehungsweise das Glück, dass sie hinten dran, da, da hinten, da haben die noch ein Hochplateau. Das heißt, die haben da jede Menge Ebenefläche gehabt für Landwirtschaft. Ihr ganzes Hochplateau haben die bebauen können, Vieh halten können, viel Vieh halten können, viel mähen können, weil einfach viel Fläche. Die konnten zwar vielleicht nicht viermal im Jahr mähen, weil sie Viadukt-Technik, Aquädukt-Technik verwendet haben. Aber insgesamt waren sie dann doch besser dran. Und ja, drum musste man da unten eben einfallsreich sein, um mit denen auf dem Berg, ja, mithalten zu können, sozusagen. Ja, ist bis heute noch so eine leichte, leichte, sympathische Vereinschaft zwischen beiden Dörfern, in Anführungszeichen, feststellbar. Natürlich nichts Ernstes. So, und was wir dann noch sehen können, ja, hier Wald. Wald, da hinten in der Mitte, Wald, da ganz hinten, da hört der Wald auf, da ist ein Acker. Ja, ich hoffe, den könnt ihr einigermaßen erahnen. Also so das Letzte, was man noch sehen kann, da ist plötzlich der Wald weg. Und das witzigerweise auf derselben Höhe wie hier vorne, das da hinten ist, nicht etwa höher oder etwa tiefer, sondern ungefähr auf der Höhe von dem Bergrücken, den wir hier jetzt auch sehen. Und jetzt können wir uns ja fragen, wer wohnt denn da hinten, dass die da bitteschön ihren Wald gerodet haben, obwohl sie doch auch so schön waldige Hänge wie hier vorne haben könnten. Sind das etwa die Schwaben, die da drüben wohnen? Ja, und so gern ich die Schwaben verantwortlich machen würde? Nee, weil die Schwaben wohnen hier auch schon. Das heißt, es kann eigentlich nicht an den Schwaben liegen. Daher muss es wohl einen anderen Grund gegeben haben. Herzliche Grüße an dir, meine Schwaben unter den Zuschauern. Ihr kennt das Spielchen ja. Sondern das Witzige ist, wir haben hier quasi die luxuriöse Situation, von einer geologischen Großregion in die nächste geologische Großregion gucken zu können. Nämlich alles, was hier bewaldet ist, ist deswegen bewaldet, weil entweder ist der Hang zu steil oder es lohnt sich einfach vom Boden her gar nicht, hier nennenswert was anderes als Wald zu versuchen, weil die Nährstoffe dafür nicht ausreichen. Allenfalls noch Weideviehhaltung wäre möglich oder eben so ein verzweifelter Kartoffelanbau, wie man es unten im Tal betrieben hat. Ein Tal hat aber grundsätzlich, insbesondere nah am Bach, immer eine halbwegs vernünftige Nährstoffversorgung, weil der Bach für einen gewissen Nährstoffnachschub sorgt, wenn er mal ein Hochwasser hat. Und das ist hier auf den Hochplateaus eben überhaupt nicht der Fall. Und das ist außerdem nicht der Fall, weil wir hier eben diesen schlechten Boden haben, und zwar Buntsandstein. Und zwar reicht der Buntsandstein witzigerweise genau bis nach da hinten, wo dann plötzlich statt Wald auf einmal Weide bzw. Ackerfläche ist, weil da der Buntsandstein eben aufhört. Und was kommt stattdessen? Muschelkalk. Und was ist Muschelkalk? Sehr fruchtbar. Ja, es ergibt also vollkommen Sinn, dass man da drüben dann Landwirtschaft betrieben hat, weil es der Boden hergegeben hat. Man musste nur sehr wenig zudüngen. Man kann da wahrscheinlich bis heute theoretisch auch Landwirtschaft ohne jeden Kunstdünger betreiben, einfach weil der Boden sehr, sehr fruchtbar ist. Das wird irgendwann mal aufhören. Dann müsste man noch nachdüngen. Tut man heutzutage eh schon für noch bessere Erträge. Aber grundsätzlich ist auf Muschelkalk wirklich sehr viel möglich hinsichtlich landwirtschaftlicher Nutzung. Ja, also das kann man so im Wesentlichen aus dieser Landschaft hier ablesen. Übrigens, dass das größtenteils hier Nadelwälder sind, das liegt natürlich vor allen Dingen in der Historie begründet, dass man eben früher dachte, Nadelholz sei hier die bessere Idee. Okay, das ist es zum Bauholzerzeugen und zum Geldverdienen damals auch noch gewesen. Das hat sich inzwischen halt einfach gewandelt. In manchen sehr eng eingeschnittenen, sehr feuchten Tälern wie die Wolfschlucht, durch die wir gerade gekommen sind, ist auch hier noch Nadelholz durchaus zukunftsfähig. Und es ergibt auch Sinn, da weiter auf Nadelhölzer vorzugsweise die Tanne und nicht die Fichte zu setzen. Aber ja, vieles von den Nadelwäldern, die wir hier jetzt sehen können, wird sich im Laufe der nächsten Jahrzehnte etwas mehr in Richtung eines erhöhten Laubwaldanteils entwickeln. Das ist das meiste von dem, was wir hier sehen. Das hat allerdings hierzulande auch noch keine große Eile, weil ihr stellt vielleicht auch fest, es fehlen die Löcher im Wald. Es gibt weit und breit keine. Das sieht nicht nur so aus, sondern das ist tatsächlich so. Borkenkäfer-technisch sind wir hier mit zwei, drei blauen Augen davongekommen und hatten eigentlich viel, viel Glück, weil einfach die Trockenheit nicht ganz so extrem ausgeprägt gewesen ist, gerade weil das hier eigentlich eine ziemlich feuchte Ecke ist. Das heißt, wenn man irgendwo noch mit Nadelhölzern arbeiten kann, dann eben an solchen feuchten Sonderstandorten. Trotzdem wäre es auf jeden Fall besser, immer wenn ein neuer Wald angelegt wird, und das wusste man auch schon vor 20 Jahren, ein bisschen auf eine gewisse Laubholz-Beimischung zu achten. Und wenn schon Nadelhölzer, dann eben Tanne und nicht mehr Fichte. Das ist dann auch nochmal ein ganz entscheidender Faktor. Oder eine Mischung Tanne und Fichte, oder noch besser Tanne-Fichte-Duglasie. Dann hat man nochmal mehr abgepuffert und noch mehr gemischt. Je mehr man mischt, desto besser. Ja, beziehungsweise der Merkspruch aus der Forstwirtschaft dazu lautet, wer streut, der rutscht nicht. Also Risikostreuung. Und dann rutscht er auch nicht aus und fliegst auch nicht auf die Nase. Was mir hoffentlich auch nicht passiert, wenn ich da jetzt runter muss. Ja, das ist natürlich nicht da. Ich gehe natürlich außen rum. Gut, das machen wir jetzt. Ja, gerade sage ich noch, der Buntsandstein ist schuld, dass hier nicht viel Besseres geht als Wald. Und hier haben wir gerade ein schönes Beispiel. Erstens, das da ist ein Klotz Buntsandstein. Zweitens, das da ist ein großer Klotz Buntsandstein, der da langsam vor sich hin verwittert. Buntsandstein ist nicht ganz wasserdicht, weshalb es vorkommt, dass durch den Stein selber, also manchmal nicht ganz wasserdicht, ein bisschen Wasser versickert und dann weiter unten aus dem Stein wieder austritt. Weshalb sich dann solche kleinen Höhlen beziehungsweise Halbholräume bilden können, wie das, was wir da gerade sehen. Ja, das wäre für Survivalzwecke ganz gut. Aber da die Hütte auch gerade gefühlte 100 Meter hinter mir ist, ähm, nö, dann war doch ganz gut, dass ich die Hütte genommen habe. So, wir gehen auch schon weiter. So, ich bin wieder unten. Von da hinten komme ich her. Hier ist unser Bächlein, da unten drin. Man hört es auch schön flöhlich, flöhlich plätschern. Flöhlich, ja, genau. Und, äh, das ist jetzt eben also wieder unser Tal, das, wie ich ja eben nochmal erwähnt hatte, der Landwirtschaft gedient hat. Ähm, das heißt, alles, was wir hier an Wald sehen können, ist eben maximal, ich glaube, hier oben tatsächlich nur 100 Jahre alt, habe ich mir nochmal bestätigt, äh, mir selbst bestätigt, weil ich es nochmal nachgelesen habe. Das heißt, das ist alles die zweite Baumgeneration, das meiste, was wir hier sehen können. Äh, nix ist hier älter als 100, außer vielleicht, möglicherweise, diese zusammengebrechenden Ahörner, die wir da haben, die könnten nämlich tatsächlich noch aus der ersten Waldgeneration stammen. Also mindestens mal der da hinten, ja, das wäre vorstellbar. Es schwer zu sagen, weil ich eben keine Referenzpunkte habe, um sagen zu können, wie schnell hier was wächst. Unten im Tal eigentlich relativ flott, äh, und 100 könnte der definitiv sein, ja, von der Größe her. Das wäre völlig drin. Ja, hübsches, hübsches Waldbild. Inzwischen auch eben hier wieder Arbeitskreis, naturgemäße Waldbewirtschaftung. Man versucht, den Wald geschlossen zu halten. Man versucht, auf heimische Baumarten zu setzen. Man geht auf Naturverjüngung. Der Ahorn verjüngt sich ja auch natürlich. Ähm, die Tanne verjüngt sich tatsächlich auch natürlich. Wenn man schon Tanne bekommt, ihr seht zum Beispiel hier gerade eine rumstehende kleine, das ist eine ältere, ne, Arfentanne, logisch. Ähm, das nimmt man selbstverständlich auch gerne mit. Zumal wir ja gesehen haben, dass Tannenwälder hier sehr gut aussehen können. Und auch hier unten im Tal die Feuchtigkeit zumindest für die Tanne direkt unten im Tal äh, ausreichend am Hang klappt's auch einigermaßen. Als Mischbestand, wohlgemerkt. Ja, ganz wichtig, als Mischbestand nicht versuchen, hier jetzt Nadelholz-Reimbestände, äh, die mit der Fichte nicht mehr möglich sind oder zu risikoanfällig, äh, einfach mit der Tanne zu machen, stattdessen. Das wäre auch der falsche Weg. So, dann, äh, Moment. Ähm, das Nächste, was wir hier noch sehen können, wenn wir hier mal runter gucken, dann entdecken wir hier so was ähnliches wie einen Weg, der so hangparallel verläuft. Ja, man sieht ihn schlecht, da, das da. Ja, das ist kein Weg, sondern das ist jetzt eben der hintere Verlauf unseres Aquädukts, was wir schon gesehen haben, ja, weiter oben. Ähm, hier verlief tatsächlich diese Wasserleitung, die war größtenteils gemauert, ähm, also mit Stein oder mit Ziegeln oder sowas in der Richtung ausgelegt. Davon ist vieles inzwischen verschwunden, weil man vieles auch einfach wieder eingesammelt hat und recycelt hat, als das nicht mehr nötig war, weil, äh, Ziegel und Steine für irgendwelche Gartenmäuerchen und sonstiges konnte man brauchen. Äh, die waren schon behauen, die waren schon in der passenden Größe und, äh, drum hat man hier vieles wieder verschwinden lassen. Aber dass hier noch dieser, dieser gefühlte Trampelfahrt eben bleibt, das ist so das letzte Überbleibsel der Wasserleitung, ne? Ich hoffe, man kann es erahnen. Wupp, da. Hm? Das muss man natürlich wissen, das sieht heutzutage einfach aus wie ein Weg. Äh, läuft man drauf lang, dann merkt man, äh, ich will da jetzt nicht runterkraxeln, ich bin, wie gesagt, heute nicht wirklich so richtig fit, ähm, aber dann merkt man, dass der doch nach innen ein bisschen vertieft ist, ja, also so zum Hang hin. Das heißt, wenn es da draufregnet, dann steht da auch ein bisschen das Wasser drauf, weil sie es schon sich Mühe gegeben haben, das Ganze so ein bisschen bachbettförmig quasi auszubuddeln, als sie die reinen Erdarbeiten gemacht haben und dann eben noch geflastert mit Steinen und, ja. Ja, also nochmal zur Verdeutlichung, der Bach da hinten kommt daher, da hinten geht's hoch, ja, das heißt, der Bach ist da natürlich auch weiter oben gewesen und irgendwo noch weiter oben, sorry LKW, äh, wurde der dann eben einfach in drei Verläufe gesplittet, einen an dem Hang entlang, da sehen wir leider derzeit hier gerade nichts mehr von der Wasserleitung, es gibt zwei, drei Stellen, wo man die noch ein bisschen sehen kann, aber die finde ich jetzt leider nicht. Äh, hier haben wir ja gerade gesehen und der Bach in der Mitte ist natürlich das Original und ist jetzt zu seinem natürlichen Verlauf zurückgekehrt, wo keiner mehr eben Wert darauf legt, dass er an den Hängen entlang verläuft. Genau. Dann, weiter geht's. Ja, ein paar Worte mag ich noch verlieren zu dem Ahornbestand, den wir hier jetzt sehen können. Ne, das ist ja alles Naturverjüngung, das erkennt man allein schon daran, dass die meisten der Ahornhörner mehrstämmig gewachsen sind, das heißt, es fiel an diesem Ort ein Haufen Samen, zwei haben sich durchgesetzt oder der junge Baum ist in sehr frühem Jugendstadium bereits irgendwie umgeknickt oder geschädigt worden, dass er sich entschieden hat, lieber noch zweitriebig zu wachsen, anstatt einfach nur aus einem, als ein Stamm. Und das hat man häufig bei Naturverjüngungssituationen beziehungsweise bei Aufwachsen aus einem wahlweise Kahlschlag oder Sturmwurf. In diesem Fall war es ein Sturmwurf und das Alter der jungen Ahörner weist auch so ein bisschen darauf hin, das ist eine ehemalige Lothar-Fläche. Hier war es also auch der gute alte Orkan, der 1999 den halben Schwarzwald gefühlt platt gemacht hat, der hier auch für die Schäden verantwortlich zu machen ist. Das kann man übrigens sehen, dass es ein Sturmwurf gewesen ist. Wenn man jetzt hier im Bildmitte guckt, da seht ihr, da ist ein Ahorn umgefallen, hat hier es geschafft, noch ein kleines bisschen Kontakt mit Wurzel zu Boden aufrecht zu erhalten, also nicht vollständig beim Umfallen entwurzelt zu werden. Seine Krone lag trotzdem auf dem Boden. Das heißt, er war viel zu weit weg vom Licht und jetzt musste er sich was einfallen lassen. Da der Stamm jetzt nicht einfach eine Kurve machen kann, klück und wieder nach oben, das funktioniert nicht, Bäume haben kein Scharnier, dass sie bei Bedarf einfach umklappen können, hat er sich zum sogenannten Hafenwuchs entschieden. Hafenwuchs bedeutet, aus dem liegenden Stamm, der noch Wasser aufnehmen kann, weil noch Wurzel vorhanden. Schießen, zack, 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 wie die Seiten einer Harfe, da könnte man jetzt plinglingling, plinglingling machen, quasi, nach oben und das nennt man Hafenwuchs. Das ist ein häufiges Phänomen nach Sturmwürfen. Dass dieses dann entsteht, sehen wir vor allen Dingen bei Laubbäumen. Nadelbäume machen das, ich sage jetzt nicht nie, aber doch nur außerordentlich selten. Und das ist also auch ein Konkurrenzvorteil, den dann ein Laubbaum im Vergleich zum Nadelhauptbaumbestand hier einfach hat, nach einer Sturmwurfsituation möglicherweise eben erfolgreicher wieder hochwachsen zu können. Unter anderem wegen dieser Spezialanpassung Hafenwuchs. Ja, sehr viele Ahörner, die man hier sehen kann, haben irgendwelche unten am Stamm sich befindlichen Wuchsdeformationen, weil sie eben ausstöcken, aus umgestürzten Baumtellern und sonst wie ausgetrieben sind, also unter suboptimalen Bedingungen, aber es trotzdem geschafft haben, sich dann durchzusetzen und schnell nach oben zu wachsen. Denn der Ahorn ist ein Halbpionier, bedeutet, in der Jugend hat er Eigenschaften eines Pionierbaums, bedeutet, wächst schnell hoch und hört dann aber auch schnell wieder aufzuwachsen. Aber dieses rasche Jugendwachstum, dieses einmal schnell zack hoch, alles dicht machen und danach haben wir Zeit, können wir uns Zeit lassen, davon profitiert er doch dann sehr bei der Wiederbewaldung solcher Flächen. Also das kann man hier so ganz nett erahnen, wie das abgelaufen sein könnte. Wunderbar, das habe ich gesucht, das wollte ich euch noch zeigen. Hier haben wir eine Waldrandbuche. Bild Mitte, eine Buche. So, dass hier eine Buche steht, erstmal überhaupt nichts verwunderliches, die darf hier sehr wohl stehen, gehört hier auch ganz gut hin. Sieht auf den ersten Blick jetzt auch nicht weiter besonders aus, wenn wir da aber mal hochgucken, es handelt sich um eine mehrstämmige Buche. Buchen wachsen sehr selten mehrstämmig und wenn sie es tun, dann eigentlich fast nur dann, wenn sie sich ein bisschen im Freistand befinden und sehr viel Licht abbekommen und es sich daher für die Buche auch lohnt. Der Platz muss da sein, sozusagen eine breite Krone zu machen und dann entwickelt sich gerne mal die Mehrstämmigkeit. Das heißt, in Anbetracht dessen, wie langsam auch eine Buche wächst und wie dick die hier schon ist, die war noch da. Es dürfte eine der letzten gewesen sein, die noch gekeimt ist, als sich der Waldrand genau hier befunden hat. Das heißt, das war der äußerste Baum des Waldes, der da, ja, damals wahrscheinlich auch noch mit einem deutlich höheren Buchenanteil, weil der menschliche Einfluss, der immer mehr zu Nadelholz tendiert hat, da noch nicht ganz so ausgeprägt gewesen ist, wie das da noch mal die letzten 150 Jahre veranstaltet haben. Und das heißt, die müsste irgendwie sowas um die 150 alt sein, das kommt von der Dicke auch hin. und da war der Buchenanteil vermutlich noch höher. Und sie zeigt eben ganz klar ein Wuchsmuster, das sich später hinterher jetzt angepasst hat auf Es gibt Nachbarn. Also man sieht das wirklich, dass sie sich ein bisschen dünn gemacht hat, obwohl sie ursprünglich von der Veranlagung her hätte breit werden können. Gerade eben mit dem Extraast und mit der Möglichkeit, sich auseinander zu fächern. Und sie wäre dann wahrscheinlich auch einfach niedriger geblieben. Die ist jetzt sekundär noch in die Höhe gewachsen. Einfach weil sie gemerkt hat, Mist, ich habe ja auf einmal Nachbarn, aber ursprünglich hatte sie zumindest nach unten keine Nachbarn. Da steht jetzt ein zweimal ist es Fichte. Ja, ist Fichte. Und Fichte wächst ja viel, 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 viel schneller. Das heißt, das würde wunderbar hinkommen, dass diese Fichten, sagen wir jetzt mal, so 70, 80 sind. Und unsere Buche sozusagen eingeholt haben. Und die jetzt sekundär eben während des Alters feststellen musste, dass sie plötzlich viel weniger Platz zur Seite hat. Ihr die Fichten auf die Nerven gegangen sind, die Tanne rechts daneben langsam auf die Nerven gegangen sind. Und all das erst hochgekommen ist, als sich hier überhaupt wieder ein Wald gebildet hat. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen. So könnte es gewesen sein. Auch hier, dass diese Gebüschlinie und da drin mal etwas älterer, das deutet auch so ein bisschen darauf hin, hier war ursprünglich mal gar kein Wald. Wobei natürlich, das da ist eine ehemalige Fichtenfläche. Dass da jetzt der Bergahorn steht, das liegt nicht daran, dass das jetzt noch die ehemalige Wiese ist, die hier zum ersten Mal hochwächst mit Bergahorn, sondern das war mal Fichte und ist im Sturm umgefallen. Fichte-Reinbestand. Und warum ausgerechnet, das muss man noch kurz klären, warum ausgerechnet hier die Fichte umgefallen ist und da drüben nicht, das liegt einfach in der Beschaffenheit eines Orkanen. Ein Orkan kann kleinräumig unglaublich starke Böden ausbilden und nebendran passiert nicht viel. Kann manchmal auch großräumig unglaublich starke Böden ausbilden, aber wir haben gerade bei Orkanen ganz oft so Waldbilder, wo man sich hinterher fragt, was denn da passiert? Da sind dann auf einmal 300 mal 300 Meter da plötzlich völlig kahl, alles umgeschmissen, sogar Eiche umgeschmissen und nebendran steht noch der Fichtenwald, der eigentlich labil hätte sein sollen und dem geht es noch wunderbar, weil da der Sturm offensichtlich nicht ausreichend getobt hat. Das ist typisch für Orkade, die haben kurzfristig kleidräumige Turbulenzen. Ganz schwer vorherzusagen, also was heißt gar nicht vorherzusagen, wo es die Turbulenzen geben wird. Man ist da einfach völlig machtlos aus Forstsicht. Wenn dich eine Turbulenz eines Orkans erwischt mit deinem Wald, dann ist er weg und wenn sie dich nicht erwischt, dann hast du schlicht Glück gehabt. Mehr gibt es dazu eigentlich fast nicht zu sagen. Ja, durch den Privatwald hier noch ein paar Impressionen in Richtung Bach. Ich laufe talauswärts, also nach da. Und wenn man sich das hier jetzt mal so anguckt, ich glaube, da kann man sich schon ganz gut vorstellen, dass die Leute, wenn sie verzweifelt waren, auf die Idee gekommen sind, auf so einer Wiese ihre Kühe und was auch immer sie gehabt haben, Schafe, Ziegen etc. pp. Erstens weiden zu lassen und zweitens dann auch Heu zu machen, um die besagten Tiere durch den Winter zu bringen. Also das macht aus der Perspektive, finde ich, ergibt das schon Sinn. Das sieht man hier wirklich noch am besten. Vermutlich ist die Sache mit der Wasserleitung hier immer noch irgendwo rezent vorhanden. Erkennen kann ich es allerdings nicht mehr. Das ist im weiteren Verlauf weiter hinten natürlich einfacher. Da unten haben wir den regulären Bachverlauf und der Boden ist auch sehr, sehr grün. Obwohl da weitestgehend Fichten stehen, kann man da drüben auf der anderen Seite gut erkennen. Das ist auch ein Zeichen eben für hohe Luftfeuchtigkeit. Das bedeutet, das war ohnehin schon eine recht nasse Ecke und damit glaube ich schon, dass das fürs Heu machen, fürs Nachwachsen vom Gras, was eben auch von der Wasserversorgung abhängig ist, eine ganz gute Sache gewesen ist. Hier haben wir noch mal so einen Randbaum, dass hier so ein Laubbaum mitten im Nadelwald steht. Das ist kein Zufall, das ist der ehemalige Waldrand. Da unten Wiese, hier hinter mir, da alles Wald damals. So und damit möchte ich mich auch tatsächlich so langsam verabschieden. Da kommt noch mein Waldrandbaum. Also das ist schon auffällig. Die passen hier einfach nicht rein. Ja, und es für heute gut sein lassen, habe mit dem Bus nochmal einen relativ langen Weg zurück. Das Dumme ist, ich habe außerdem vergessen zu gucken, wann der eigentlich bitteschön fährt. Das heißt, ich kann schlimmstenfalls, verpasse ich ihn gerade so und renne noch eine Stunde im Dorf auf und ab, um nicht zu erfrieren, bis der nächste kommt. Ja, vielleicht drehe ich in dem Fall noch irgendeine Kleinigkeit. Wenn ihr also nichts mehr von mir hört, dann habe ich den Bus einigermaßen zeitnah bekommen. Ah, hier wird es noch mal schön urig. Ist insgesamt doch ein sehr hübsches, insgesamt hübsches Waldgebiet, gerade wenn man mit diesen Nadelwaldbildern, wie hier jetzt gerade, was anfangen kann. Das ist natürlich ein Stück weit Geschmackssache. Und solange der Hang auch gleichermaßen unglaublich bemoost ist, so wie das hier jetzt wieder der Fall ist, dann sind diese Nadelwaldbilder, wie gesagt, auch in keinster Weise kritisch zu hinterfragen. Da gehört es sich dann meistens so, gerade wenn da noch viele Felsklötze in der Gegend rumliegen, ist das möglich. Aber trotzdem, wenn man etwas Neues anlegen würde, wenn jetzt hier Löcher im Wald entstehen würden, A, Vorgehensweise der Wahl, Naturverjüngung. Naturverjüngung ist immer besser, es sei denn, B, das, was ich von Natur aus verjüngen würde, ist völliger Mumpitz. Das soll heißen, man hat eine reine Anpflanzung von Fichte und die wird jetzt plattgemacht und es droht dieselbe Fichte, die damals angepflanzt wurde, nochmal hochzukommen, die ja schon bewiesen hat, dadurch, dass sie plattgemacht wurde, dass sie nicht besonders angepasst gewesen ist auf den Standort, an dem sie plattgemacht wurde. In dem Fall kann man tatsächlich besser pflanzen, anstatt, dass man nochmal den gleichen Kladderadatsch bekommt, der sich schon mal als nicht gut erwiesen hat, genetisch gesehen den gleichen Kladderadatsch, weil das dann ja direkte Nachkommen der Vorgänger sind. Das ist so ein Fall, wo man dann wirklich vielleicht besser angepassten Bergerhorn hier unten ins Tal reinpflanzen würde, beispielsweise, um damit bessere Ergebnisse zu erzielen. Oder anderer Grund, wo man dann doch besser pflanzt, als Naturverjüngung zuzulassen, ist schlicht und ergreifend, es gibt gar keine Naturverjüngung, weil das Loch im Wald so riesig ist, dass die nächsten Bäume, die Samen produzieren könnten, einfach viel zu weit weg sind. Das ist natürlich auch immer eine Möglichkeit, dass man dann pflanzt, wenn man gar keine Naturverjüngung bekommt. Aber ansonsten, wie gesagt, Naturverjüngung immer besser. Warum? A, man kriegt die genetische Information zum Leben im spezifischen Standort der Elternbäume an die nächste Generation weitergegeben und die sind dann eigentlich immer zumindest ein bisschen bis hin zu Haus gezeichnet angepasst. Je nachdem, wie lang die Elternbäume und deren Eltern und deren Eltern und so weiter hier schon Bestand hatten. Das wäre jetzt in so einem ehemaligen Acker nicht besonders lange, aber hey, immerhin ein bisschen. Und zweitens wächst der Baum von alleine da, wo er wachsen möchte, in Anführungszeichen, beziehungsweise wo der Samen hingefallen ist. dann sterben all diejenigen sofort ab, bei denen der Samen an einen schlechten Ort gefallen ist. Und wachsen tun letztendlich nur die, bei denen der Samen an einen sehr guten Ort gefallen ist. So, und das ist jetzt wieder praktisch, weil, wenn der Samen an einen sehr guten Ort gefallen ist, kann sich da auch die optimale Wurzelentwicklung vollziehen. Und das sehen wir nicht. Wir Menschen können das nicht beurteilen. Noch so guter Förster oder Forstwirt kann nicht wissen, wo der ideale Platz ist für das Wachstum der Wurzel eines zu pflanzenden Baumes. Und der Zufall, sprich, aus Try-and-Error-Verfahren schmeißt 700 Millionen Samen in die Landschaft, davon keimen fünf Bäume. Okay, das mögen jetzt nur fünf sein, aber die fünf haben auch garantiert genau den richtigen Platz dafür erwischt, weil es gibt einen Grund, weshalb auf den allen anderen Plätzen die sechs Millionen, was auch immer, wie viele Samen nicht gekeimt sind. Und so muss man da eben vorgehen und so muss man da denken. Und jetzt möchte ich das abschließend eben damit vielleicht auch nochmal erklären, weshalb mich diese Fichtenanpflanzung, wo ich denjenigen, der das gemacht habe, für doof erklärt habe, so gestört hat. Einfach weil da zu pflanzen, statt Naturverjüngung zu nutzen, ist nicht nur sinnlos, sondern unnötige Geld, sondern auch noch unnötig Geld rausgeschmissen, unnötig Zeit rausgehauen. Und außerdem, die Bäume sind auf keinen Fall so gut angepasst, wie das, was in Naturverjüngung aufgekommen wäre. Da wäre dann aber halt eben auch was anderes als Fichte drin gewesen, wie wir ja im Bestand nebendran auch gesehen haben, dass sämtliche Jungpflanzen, die hochkommen, Ahorn sind und eben nicht Fichte. Ja, und drum, drum ist das so doof. Ja, weil man A, Geld rausschmeißt und B, einfach Potenzial vergeudet, was man gratis hätte haben können. So, das ist es, glaube ich, gewesen. Damit dürfte ich gleich wieder aus dem Wald raus sein beziehungsweise an Obelix-Wetterstein zurückgekehrt sein, der nicht von Obelix ist. Wobei, das wissen wir nicht. Vielleicht ist er doch von Obelix. Und ja, bedanke mich, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, im Bus taut mein linker Fuß auch wieder auf, weil dem ist gerade sehr kalt. Tschüss. Ich hab's, da muss ich hin. Das ist der Heilstollen. Der Heilstollen ist besonders geeignet. Bei Anwendungsgebiete gelten hier die chronische Bronchitis sowie Asthma Bronchiale. Achso. Der Heuschnupfen und allergische Nebenhöhlenerkrankungen. Da wird mir bestimmt bei meinem Schnupfen geholfen. Da muss ich hin. Ja, ich befürchte nur, die haben gerade nicht offen. Ja, könnte sein. So, macht's gut. Der Bus kommt in zehn Minuten. Alles gut. Muss nicht lange warten. Also Konzept Busfahren geht auf, weil wenn ich jetzt nicht nur eine halbe Stunde Zeit zum Umsteigen hätte und ein bisschen Zeit totschlagen müsste, dann wäre ich hier nicht hergekommen. Und da bin ich jetzt gerade relativ begeistert, muss ich sagen. Das ist Kalf. Das Witzige ist, ich mache hier ja schon seit längerem Führung da hinten im Wald. Nicht vor Ort natürlich in der Stadt. Deswegen bin ich gerade etwas schockiert von mir selbst. dass ich hier noch gar nicht in der Stadt gewesen bin. Böse, böse. Also am Bahnhof, ja, am Busbahnhof auch. Auch mal in McDonalds, ehrlich gesagt. Aber nie in der Altstadt. Die ist ja total toll. Da wäre das gedacht. Ja, also, ne, das, hier Kirche, hat mindestens einige vereinzelte, ziemlich alte Bauteile. Ne, also, das ist ja gar nicht mal schlecht. Das ist ja wirklich gar nicht mal schlecht. hei, 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 gerade insbesondere der Marktplatz da vorne. Der ist jetzt nun wirklich nicht schlecht. Jede Menge Fachwerkhäuslein. Toll. Ja, da sieht man mal. Wer eine Reise tut, kann was erleben. Hei, 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 ja, ich will euch jetzt damit nicht allzu sehr nerven. Das tut hier nichts zur Sache. Und ich kann spontan auch gar nichts zur Stadt erzählen, außer Hermann Hesse. Hermann Hesse Stadt. Der ist hier, glaube ich, mindestens mal geboren. Und meines Wissens auch aufgewachsen, wenn man mit dem Mann was anfangen kann. Ich bin ja persönlich, ja, vielleicht fehlt mir einfach die literarische Vorbildung, um mit diesen ganz großen Literaten was anfangen zu können. Und ich bevorzuge da auch eher einfachere Sprache und eine spannendere Geschichte und weniger, ja, philosophischer Geist zum Menschsein. So wenige Leute wie möglich aufs Bild zu kriegen. Das Gebäude ist jetzt nicht so spektakulär. Aber guckt mal, hier ein Rathaus. Da kommt's. Ja, und die haben da oben sogar noch so ein, so ein Hängen, der, der hat ein Schwert. Das ist immer ein gutes Zeichen. Die sind immer, immer freundliche Leute, die ein Schwert haben. Das zeigt die Geschichte. So, jetzt aber wirklich tschüss. Der kleine Einspieler, der musste jetzt einfach noch sein. Ei, ei, ei. Hier gibt es doch total viele von diesen hübschen Sträßchen. Toll. Ja, ich habe noch circa 10 Minuten, dann muss ich zurück. Genieße ich jetzt noch. Okay, doch, und nicht Schluss. Ich habe da noch ein kleines Stück Stadtmauer mit Wehrgang gefunden. Das ist wohl das letzte Stück Stadtmauer mit Wehrgang. Sensationell. Ja, und dann geht man über die Brücke zurück zum Busbahnhof und dann steht da plötzlich Hermann Hesse auf der Brücke. Aber Hermann Hesse ist dummerweise zur Bronzefigur erstarrt, als er seinen Hut gar nicht auf dem Kopf hatte, sondern nur in der Hand. Habe gedacht, da muss ich kurz nachhelfen und habe ihm einen Hut ausgeliehen, damit er nicht so einen kalten Kopf bekommt. Ich meine, das Problem kennen wir, wir haben ungefähr die gleiche Frisur. So, jetzt ist aber wirklich Schluss und damit bis morgen macht's gut.